ja auf die idee muss man mal kommen unser kreativ rambo stefan von erckert eine neue ausstellung mit besonders guten bildern man sieht das leider jetzt so nicht im gespiegelten spiegelein aber wenn ihr selber persönlich vorbei kommt könnt ihr wirklich faszinierende sachen sehen hier von louis beton alleine so ein koffer unbezahlbar hier das arschloch vor den herren kreiert aus ihr müsst ihr selber gucken guckt euch das an kommt vorbei ihr werdet es wirklich nicht bereuen der gute mann ist von dienstag bis mittwoch immer von 15 mindestens bis 18 uhr oder länger hier oder nach telefonischer absprache wird am samstag auch sogar schon um 11 uhr sein hoppla die hohe da liegen die ein oder anderen noch in den betten aber ihr könnt vorbeikommen hier ihr tanzt mit dem bild und das bild tanzt mit euch je nach beleuchtung schöne bilder zu sehen wie gesagt hier wird auch gelöscht mit louis beton hier ist die kleine mini galerie wo früher die kleinste disco der welt war ist jetzt die kleinste galerie der welt mit wirklich schönen bildern unter anderem die minus männer aber auch die schwung paintings und black and white also schaut euch nicht kommt vorbei und wer ein bisschen kultur unterstützen möchte teilt zumindest das video das ist schon mein ansatz und kauft ein bild weihnachten steht vor der tür und auf wiedersehen wir freuen uns auf euren besuch